Slowenien und Dänemark trennen sich 1 zu 1, nicht nur das erste Unentschieden bei dieser Europameisterschaft. Es war auch ein emotionales, vor allem für die Dänen, aber kommen wir gleich dazu. Die Dänen, würde ich sagen, etwas besser reingekommen ins Spiel, haben dann durch Christian Eriksen das 0 zu 1 erzielt. War super gespielt, Eriksen schon leicht am Fallen, kriegt aber noch genug Druck auf die Fußspielze und Oblak ohne Chance. Und es ist ein ganz besonderes Tor, letzte EM noch totgesagt, beziehungsweise wäre er ja wirklich fast gestorben, weil er einen Herzstillstand hatte und jetzt macht er das Tor. Solche Geschichten schreibt einfach nur der Fußball. Es war dann auch der Halbzeitstand, es ist nicht mehr wirklich viel passiert. In der zweiten Hälfte hätten die Dänen es vielleicht klar machen können, vielleicht müssen. Dies passierte allerdings nicht und die Slowenien kamen nochmal und hatten dann in der 75. Minute oder 76. ganz viel Pech. Szesko mit einem Hammer schießt das Ding gegen den Pfosten, gab dann danach noch Ecke für die Slowenen. Und wie es so sein sollte, dass 1 zu 1 fiel nach dieser Ecke durch Janza, der einfach mal abzog und der Ball war abgefälscht und Schmeichel war schon auf dem Weg in die andere Ecke, quasi wie beim Niederlandespiel heute, keine Chance für Schmeichel. Und da muss man sagen, das Glück, was sie bei dem Pfostenschuss nicht hatten, hatten sie dann eben bei dem 1 zu 1 Treffer. Man hatte so ein bisschen Überwasser, man hatte noch 1 zu 2 Gelegenheiten, hätte vielleicht auch treffen können, aber ich denke insgesamt ist das 1 zu 1 leistungsgerecht und beide Teams können sich darüber eigentlich nicht beschweren. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.